Hallo, mein Name ist Dave Davis, ich bin Kabarettist und Comedian und auch Musiker und deswegen bin ich Feuer und Flamme für das Projekt Dein Song für eine Welt. Ich sag dir auch warum. Es heißt doch immer wieder, es gibt keine Gelegenheiten und Kanäle, wo Jugendliche ihre Gedanken und Probleme irgendwie artikulieren können und jetzt habt ihr die Möglichkeit. Ihr, die ihr bis 25 Jahre alt seid, schreibt einen Song, drückt aus, was euch beschäftigt. Wie können wir unsere Welt lebenswerter machen? Egal wo du lebst, ob du in Köln lebst, ob du in Düsseldorf lebst oder ob du in Afrika, in Guinea lebst, völlig egal, wo du auch bist. Was können wir tun, um unsere Welt ein bisschen besser zu machen? Schreibt einen geilen Song, schickt das bitte, bitte an die Seite www.eineweltsong.de und ich glaube, da werden viele tolle Sachen dabei sein. Musik 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 Oh!